so jetzt haben wir hier also nur noch zwei die ich aber noch nicht lesen würde denn das ist eine serie und wir haben buch 1 nicht und buch 3 und 4 auch nicht naja okay wir nehmen jetzt unser starkes schwert mit leute und vielleicht nehme ich sogar noch was zum reparieren mit und jetzt gehen wir wieder zurück tag ist es geworden hallo kaninchen oder hause ich beseitige ich dann kommst du wieder wer darf sofort keine leiche mehr beseitigen es sei denn ich möchte dass sie wiederkommen leute da muss ich glaube ich entlang da müssten die tod noch liegen genau so bevor wir jetzt irgendwas machen leute holen wir uns jetzt deren ausrüstung da müsste irgendwo noch einer sein da hinten und die packen wir jetzt dort vorne hin leute damit wir zumindest nicht mehr ganz so weit laufen müssen einfach hier zur mauer reparieren werden wir es nicht geben uns die reparaturwerkzeuge wirklich nur für unser zeug auf ok damit wir jetzt drin rasten weil wir rasten können werde ich da nichts machen leute so da müsste jetzt auch noch ganz viel zeug sein ok er doch 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 einiges noch das würde ich aber nicht jetzt machen leute das können wir ein andermal machen ok hier leben sie noch hier leben sie noch der lebt noch der nicht das hatte ich glaube ich alles das hatte ich glaube ich alles wow einige leben wieder wo ist der denn da wenn wir mit zaubern was machen können leute machen wir es mit zaubern kritischer treffer baster großschwert der beste angriff ist einfach nur der schlag 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 Zerstörung hat sich auf 55 Punkte verbessert. Okay, ich nehme mal einen Heiltrank Leute, nicht in der halt Lähmung, einen der ein bisschen was halt. Der hätte Magie festigen, der hätte Ausdauer, ja nehmen wir den da. Der hat ein Gold, ein Knochenmehl. Ein Gold. Gleich nochmal einen von denen. Ich bin doch kein Kater. Hallo. Also kein Kajid? Der dürfte da eigentlich nicht durchkommen. Ich bin doch kein Kater. Schade, dass da einige schon... Ich finde es so schade, dass da eine Heiltzauber, dass wir den einfach nicht bekommen haben. Das ist echt blöd. Da sind die nächsten. Jetzt müssen wir den nächsten. Dann müssen wir den nächsten. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, just the next Ich weiß nicht, ob er mich sucht Ich weiß nicht, ob er mich sucht Okay, ich schaff's Okay, trinken wir nochmal so einen Trank Eine Lorum-Rune, Gold und Knochenmehl Gold und Knochenmehl Wieder ein Gold Also die Skelette sehen uns ja wunderbar Richtig nicht Aber das ist mir recht egal Denn die Knochen, die greifen uns mit Fäusten an Gold und Knochenmehl Und haben deswegen, können uns nur Ich habe 56 Punkte verbessert Jo Wir können uns deshalb nur Von der Ausdauer her Schaden zufügen Gold und Knochenmehl Habe ich den hier schon? Nein, eine Lorum-Rune, Gold und Knochenmehl Gold und Knochenmehl Wie viel hält mir ich noch zur nächsten Stufe? Oh, nur noch eins Uh, super Ich hoffe, es wird schleichen Ein Gold Au Wieder in Gold So, kurz hier nachsehen Ich möchte Ich mache hier den Weg frei, Leute Ich möchte, wenn ich wieder durchgehe Möglichst wenig Gegner haben Am besten gar keine Ich möchte, wenn ich wieder Ein Gold und ein Knochenmehl Uh Die Dautenbücher könnten gefährlich werden Die tragen Schilder Also wahrscheinlich auch Schwerter Gold und ein Knochenmehl Jetzt hier nochmal nachsehen Hier ist soweit nichts Okay Dann trinken wir nochmal eine Tränke Kirtischer Treffer Schön, dass er nur nichts verursacht hat Gold und ein Knochenmehl So, Gold Verrosteter Schild Altes Schwert So, habe ich eigentlich noch einen normalen Lebensende Nein, habe ich glaube ich nicht mehr Wow Na egal, nehmen wir den da Ow Ein Gold Ein Gold, verrosteter Schild Und ein altes Schwert Okay, nehmen wir nochmal einen Trank Da ist noch einer Das war mal ein kritischer Treffer, Leute Ein Gold, verrosteter Schild Und ein altes Schwert So, ich glaube das waren hier jetzt alle Außer die Türen sind offen Links und rechts Aber sie sind geschlossen Irgendjemand hat uns gesehen So, ich möchte mal nachsehen Wo wir hier rasten könnten, Leute Ich möchte nämlich definitiv einmal kurz rasten Aber hier sind offenbar noch zu viele Gegner So Was ich auf jeden Fall mache ist Das hier mal hinpacken Und reparieren kann ich im Kampf glaube ich nicht Vielleicht nochmal kurz einen Trank trinken Würde es denn gehen? Ja, das geht sogar Aber ich warte bis die Ausdauer voll ist Dann trinken wir jetzt einen der Ausdauertränke, Leute Hier, der hier Und voll So, das Schwert ist voll Die Rüstung sollte auch repariert werden Wunderbar So, gegen den Lichter links möchte ich eigentlich nicht kämpfen Die sind echt heftig eigentlich Nur leider kann ich nicht rasten Und irgendeiner hat uns ja gesehen leider Ich habe jetzt die Möglichkeit Entweder gehe ich oben raus In die Kapelle und raste Oder ich mache hier wieder die ganzen Gegner kaputt Bis ich rasten kann Allerdings haben wir fast kein Leben Wisst ihr was? Ich mache das einfach so Wenn ich sterben sollte Wenn ich sterben sollte, Leute Dann lade ich neu Dann gehen wir in der Kapelle rasten Bis dahin Geht das auch so Bis dahin töten wir einfach die ganzen anderen auch Also das war auch nicht der Gegen den wir im Kampf sind Aber vielleicht hat diese eine gereicht Dass wir jetzt irgendwo rasten können Und wenn nicht tragen wir zumindest sein Zeug nach oben Tja Bis dahin